Das ist unsere liebe Johanna. Ich bin wieder da. Schön, dass du da bist. Wir haben uns auch gefreut. Ich freue mich riesig. Die Haare sind so gesund und lang geworden. Es ist der absolute Wahnsinn. Mach sie mal auf. Es ist der Wahnsinn. Also wenn man das mal vergleicht, wie ich gekommen bin am Anfang. Das kannst du dir nicht vorstellen. Guck dir diese Mähne an. Wow. Guck dir das an. Wahnsinn. Man sagt ja, vieles hat mir so voreingenommen. Flechtfrisuren machen die Haare kaputt. Überhaupt überhaupt null. Ich kann es nicht bestätigen, weil einfach der Grund ja auch logisch ist. Wenn die eigenen Haare in das Kunsthaar eingepackt sind, kommt kein Glätteis und kein Föhn, kein 1000 Pflegeprodukte dran. Also die waren noch nie so gesund wie jetzt. Ich habe das alles mit den Open Brains von Magic Heard hingekriegt. Dankeschön. Und dann zeigen wir nachher, wie es geworden ist. Yippie. Freu mich. Schön und lang sind sie geworden. Johannas Open Brains. Ich bin super glücklich wie immer. Ja. Wir haben die Farbe heute so ein bisschen an die Naturhaarfarbe angepasst. Genau. Super easy beim auswachsen. Genau. Wenn die rauswachsen. Also an der Mittelschalte zum Beispiel zeige ich mal, genau, dass es nicht so wie rausgewachsen aussieht. Der Farbunterschied zu krassen Zeit. Nicht so groß ist. Genau. Pretty wie immer. Ich bin ganz glücklich. Wir haben Farbe M622 und Weiß genommen. Genau. Genau. Und ein bisschen Ombreverlauf und ganz heller Ton. Genau. Genau. Schön aschig. Ja schön. Dann habt viel Spaß und danke. 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 Danke.